Herzlich Willkommen zu dieser Predigt, die auch im Namen unseres Herrn stattfindet. Ich fand es schön, diese Zeit zu haben, wo wir Gott anbeten, seiner Namen wegen und dass auch dieser Gottesdienst in seinem Namen hier stattfindet. Es ist schön, hier im Gottesdienst zu sitzen und die Ohren aufzumachen, das Selbst aufzumachen zu dem, was Gott, der Herr, zu sagen hat. Ich weiß nicht, geht es dir so oder fragst du dich, warum sitze ich schon wieder in diesem Gottesdienst, warum jeden Sonntag immer wieder im Gottesdienst sitzen oder stellen wir uns die Fragen, eigentlich wissen wir, dass es gut ist, im Gottesdienst zu sitzen, aber fragst du dich manchmal auch schon, warum du diese tausend Dinge tust, die du Tag für Tag tun musst, warum diese Routine beim täglichen Müll herausbringen, Geschirr spülen, beim Einkaufen, beim Eifräumen, bei Kinder versorgen, morgens zur Schule, nicht in den Ferien, aber sonst kannst du dich nicht in den Ferien, wenn du dich nicht in den Ferien gehst oder zur Arbeit gehen, beim Hof kehren, wozu eigentlich dieses Hamsterrad, in dem so ziemlich jeder Mensch eingespannt ist und Tag für Tag so viele Dinge tut? Welchen Sinn macht das Ganze? Genau darum geht es in der Predigt heute. Diese Predigt will die Antwort darauf geben, warum diese ganzen Dinge Sinn machen, denn ihr dient Christus dem Herrn. Das ist der Titel dieser Predigt. Das ist der letzte Satz in unserem Predigtext. Er endet mit diesem unseren Titel. Ich lese aus Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Nun, als erstes sehen wir, dass es hier um einen allumfassenden Dienst geht. Der Dienst ist allumfassend und alles, was ihr tut, sagt Paulus. Was meint er damit? Nun, wenn wir in den Kontext hineinschauen, dann ist Paulus im praktischen Teil des Kolosserbriefes und gibt eine Reihe von Anweisungen, wie nun Christus zu leben ist, den wir aufgenommen haben. In Kapitel 2, Vers 6 sagt er, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wenn er mein Herr ist, dann soll ich auch entsprechend leben, in ihm leben, das ausführen, was er sagt. Nun, unser Text steht hier in einer Reihe von Anweisungen, die er gibt für Frauen, für Männer, für Kinder, für Väter, für Knechte und für Herren, wie sie Christus ausleben sollen. Und nach dieser Anweisung an die Knechte, ich lese Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens als solche, die Gott fürchten und dann kommt es und alles, was sie tut, also im unmittelbaren Kontext geht es um die Knechte, die ihren Herren dienen oder um in der heutigen Sprache zu reden, um die Arbeitnehmer, die den Arbeitgebern dienen, den Vorgesetzten dienen, den Schülern, die den Lehrern die Aufgaben der Lehrer tun. In diesem Kontext heißt es hier und alles, was sie tut und hier merken wir, okay, hier geht es nicht nur um die Dinge, die wir am Sonntag im Gottesdienst tun, sondern tatsächlich um alle Dinge. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ich bin nicht Arbeitnehmer, ich bin eher der Arbeitgeber. Dann sagt Paulus in Kapitel 4, Vers 1, ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das heißt, wir alle Menschen haben einen Herrn im Himmel, Christus, den Herrn und ihm dienen wir mit allem, was wir zu tun haben. Nun, Kapitel 3, Vers 17, bevor diese detaillierte Auflistung beginnt, was es heißt, alles im Namen Gottes zu tun, kommt dieser Satz in Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also, wir merken, alles, was wir tun, gehört dem Herrn, ihm sollen wir dienen. Was immer ihr tut, im Wort, in unserem Alltag, als Kinder, als Eltern, als Knechte, als Herren, als Menschen, was immer wir in Worten tun, was immer wir sagen oder was immer wir mit unseren Händen tun, mit unserem Körper bewirken, was unsere Füße tun, das sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun und in Dankbarkeit. Also ist es ein Grundsatz für alle Menschen, egal in welcher sozialen Position sie sich befinden, in welchem Verhältnis sie zu anderen Menschen stehen. Einmal haben wir gesehen, es sind Handlungen, was immer wir tun, es sind Worte, Worte, die wir tun, die sagen, in 1. Korinther 10, Vers 31, da sagt Paulus sogar, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also wenn wir gleich im Café sitzen oder das Mitarbeiter unser belegtes Brötchen essen, einen Kaffee trinken, ob ihr nun esst oder trinkt, wir merken, wie scheinbar banale Dinge alle Verbindung zu Gott haben, es ist nichts ausgenommen oder sonst etwas tut. Unser ganzer Alltag ist damit inbegriffen. Ich hatte lange Zeit das so verstanden, dass ich Gott diene, wenn ich irgendeinen konkreten Dienst in der Gemeinde tue. Am Anfang waren es dekorieren, helfen, aufräumen, Fußboden waschen, Jugendraum in Ordnung halten. Dann irgendwann kam die Teenagerarbeit dazu, okay, Bibelarbeit in der Teenagergruppe zu halten, das ist Dienst für Gott. Oder eine Andacht oder eine Predigt halten. Aufgaben, die mit der Gemeinde direkt zu tun haben, das ist Dienst für Gott. Immer mehr musste ich begreifen, dass der Dienst für Gott über den Sonntag und die Gottesdienstenzeiten hinausgeht. Auch im Alltag, ich dachte im Alltag, bei der Arbeit, bei der Schule, diene ich Gott, wenn ich da Zeugnis von ihm ablege. Ich weiß noch, wie wir einmal mit der Teenagergruppe eine Freizeit gemacht haben und diese Frage gestellt haben, wie viel Zeit in der Woche, prozentual, verbringe ich im Willen Gottes. Und dann stand eine große Frage, was ist mit der Schulzeit? Bin ich da im Willen Gottes? Hat das irgendwas mit Gott zu tun? Die Schulzeit, für wen lerne ich eigentlich? Das Gleiche kann man sich fragen auf der Arbeit. Bin ich da im Willen Gottes oder ist das so eine lästige, notwendige Pflicht, die man hinter sich bringen muss, damit man dann Gott dienen kann? Nein, es ist nicht nur, wenn du Zeugnis gibst in deinem Alltag, Dienst für Gott, sondern wenn du deine Arbeit, die du zu tun hast, ob du im Büro arbeitest oder an einer Maschine stehst, am Fließband stehst, im Reisedienst unterwegs bist, wo immer du arbeitest, jede Arbeit, die du ausführst, sie ist gemeint, dass wir sie im Namen Gottes tun, weil wir damit Gott dienen und nicht den Menschen. Also so radikal habe ich das lange nicht verstanden. Ich habe sogar immer wieder Christen angetroffen, die sagen, nee, 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 das ist zu radikal. Man muss nicht alles vergeistlichen. Ja klar, die Dinge im Gottesdienst und so, wenn wir beten, am Tisch beten oder mit Leuten über Gott reden, das sind geistliche Dinge, aber alles andere. Wirklich, alles andere hat es keinen Bezug zu Gott, hat es keinen vertikalen Aspekt. Apostel Paulus widerspricht hier und sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was immer ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut im Namen des Herrn. Ich erinnere an den Gottesdienst, 11 Uhr Gottesdienst letzten Sonntag. Johannes Schröder hatte ja aus Buch Prediger Kapitel 3 gepredigt. Auch zum Thema, wie Zeit und Ewigkeit miteinander zusammenhängen. Er hat diesen Satz hier an der Leinwand gezeigt. Jede Tat hat Auswirkungen auf Ewigkeit. Alles, was wir tun, macht wirklich keinen Sinn. Und deswegen ist die Frage zu Recht, welchen Sinn macht das ganze Hamsterrad? Wieso mache ich das? Ja, und es ist sehr mühsam, wenn man den Sinn nicht sieht, die alltäglichen Dinge pflichtend zu machen. Aber sie haben sehr wohl alle mit der Ewigkeit zu tun, weil sie alle mit dem Herrn zu tun haben. Und dort bekommen sie ihren Wert. Verbarung 14, Vers 13 haben wir ebenso hier gesehen. Dort heißt es, ihre Werke folgen ihnen nach. Also, es ist nichts, was wir hier in dieser Welt, in unserem Alltag tun, was bedeutungslos wäre für die Ewigkeit. Nun, Apostel Paulus, nachdem er mit diesem einen Wort alles, was sie tut, deutlich gemacht hat, dass es allumfassend ist, was er hier uns zu sagen hat, bringt mit den nächsten Aussagen zum Ausdruck, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Dies ist eine Herzensangelegenheit. Das tut von Herzen. Herzen. Was heißt es, von Herzen zu tun, wenn die Bibel vom Herzen redet? Ich habe lange Zeit so verstanden, dass es so ein warmes Gefühl ist, irgendwie eine emotionale Geschichte. Es muss mein Herz höher schlagen lassen, ich muss es fühlen, jetzt mache ich das für den Herrn. Aber wenn die Bibel vom Herzen des Menschen redet, dann meint sie den ganzen inneren Menschen, was in ihm innen passiert. Ich versuche heute in dieser Predigt fast ausschließlich nur, andere Zitate aus dem Kolosserbrief heranzuziehen, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Kapitel 1, Vers 9. Dann betet er für die Gemeinde in Kolosser, dass ihr erfüllt werdet mit aller Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also erst mal ein Gebet um Erkenntnis. Erkenntnis ist verinnerlichtes Wissen. Wenn die Bibel das Wort Erkenntnis gebraucht, dann ist das mehr als bloß eine Information zu haben. Ja, sondern es ist eine Information, die ich verinnerlicht habe, die ich zu meiner Einstellung, zu meiner Haltung gemeint habe. Warum soll ich morgens aufstehen und zur Arbeit oder zur Schule, zur Uni zu gehen? Was ist meine Erkenntnis? Warum soll ich das tun? Gerade wenn ich auch nicht unbedingt verpflichtet bin, hinzugehen, wenn meine Anwesenheitspflicht nicht unbedingt gefragt ist oder notiert wird. Warum gehe ich hin? Was ist meine Antwort? Oder warum soll ich am Sonntagmorgen um 9 Uhr zum Gottesdienst gehen? Sonntag, wo man einmal ausschlafen kann. Warum soll ich einen Dienst in der Gemeinde übernehmen? Was hat Dienst mit Glauben zu tun? Diese Fragen habe ich auch schon gestellt bekommen. Warum sollte ich das? Es ist eine Frage der Erkenntnis. Weiß ich, was Gott davon hält? Weiß ich, was das für Gott bedeutet, dass ich ihm diene? Was soll ich mich, wie soll ich mich, jetzt passend zur Urlaubszeit und zum Sonntag, wie soll ich mich im Herrn ausruhen? Ist Ausruhen auch etwas, was man im Namen Gottes tun kann? Gut, wir wissen von der Bibel her, dass es eine ganze Reihe von Festen gab, die Gott angeordnet hat, an denen man ruhen sollte und keine Arbeit tun sollte. Also ist es durchaus im Sinne Gottes. Aber warum? Alles gute Fragen, die wir uns stellen sollten mit diesen Fragen an die Bibel wenden, um zu sehen, wie sieht Gott das? Wenn ich die Arbeit liegen lasse und einen Tag ausruhe. Oder es gab sogar Sabbatjahre, wo man ein ganzes Jahr verzichtete auf erträgliche Arbeit. Das war ein Höchstmaß an Vertrauens zu Gott, dass er es ist, der uns versorgt. Ja, wenn er mir Gesundheit gibt, einen Arbeitsplatz gibt, Fähigkeiten, Grips gibt, um die Arbeit zu tun, dann ist das auch alles von ihm. Ich kann deswegen nur arbeiten und Geld verdienen und Brot kaufen und Familie versorgen. Das vergessen wir oft. Und wenn wir dann einen Tag ausruhen oder Urlaub machen, der wird auch noch finanziert. Aber wenn ich wirklich verzichte darauf, meinen Unterhalt zu sichern und zu sagen, Herr, ich vertraue dich, dass du mich versorgst. Das tun wir übrigens, wenn wir hier unsere Spende hineinlegen, sagen wir, das könnte ich sehr gut gebrauchen für mich und für meine Absicherung. Aber ich lege es in deine Hand, weil du bist es, der meine Sicherheit ausmacht. Und ich arbeite nicht, weil mein Leben davon abhängt, sondern ich arbeite, weil du mich geschaffen hast zu einem aktiven Leben, zu einem arbeitslosen Leben. Das haben wir bereits im Paradies gesehen. Also Erkenntnis als verinnerndes Wissen, dafür betet Paulus. Also wir dienen Gott mit ganzem Herzen, verstehende Dinge. Dann spricht er auch hier von geistlicher Weisheit und Einsicht. Einsicht bedeutet, ich sehe etwas ein. Ja, das ist ein Einverständnis. Ja, ich sehe es ein, du hast recht, Gott. Und deswegen entscheide ich so. Es ist ein Willensakt, dass wir entschlossen von ganzem Herzen, mit dem Herzen, mit unserem Willen Gott dienen, willentlich ihm dienen. Als Gott mir eine Zeit lang gegeben hat, wo ich auch in einer ganz normalen Firma arbeiten könnte, in einer Baufirma, im Büro, dann ging ich morgens ins Büro mit diesem Vorhaben, ich will jetzt dem Herrn dienen. Nicht dem Herrn Vorgesetzten, allein dem Projektleiter oder der Firma, sondern ich möchte dem Herrn dienen. Also schreibe ich Protokolle, Briefe, sortiere sie, versende sie, was man so als Sekretär macht, koche Kaffee und Plätzchen für die Besprechungen hinstellen. Und ich muss sagen, das ist eine ganz andere Geschichte, wenn ich weiß, das tue ich jetzt für meinen Herrn. diese Arbeit, dann ist es nicht mehr so wesentlich, sieht man mich dabei oder sieht man mich nicht dabei? Ich habe in Ferien oft gejobbt und in einer Firma, es war so eine Fließbandarbeit, Kunststofffensterfertigung, und da sieht man die ganze Halle und die Leute, die am Bahn stehen und arbeiten. Es gibt ja auch Zeiten, wo sie einfach reden miteinander, und es geht langsam so schleppend die Arbeit vor sich hin. Und plötzlich merkt man, dass es dort beginnend, alle plötzlich am Arbeiten sind, da herrlich und konzentriert und fokussiert, alle voll auf die Arbeit konzentriert. Ah, der Chef kommt, er macht seine Runde. Plötzlich arbeiten alle völlig anders. Es war so offensichtlich, so diese Verwandlung dann. Sie haben für ihn gearbeitet, also für seine Augen. Eigentlich für das eigene Portemonnaie, aber für seine Augen. Und wenn wir für den Herrn arbeiten, dann ist das unerheblich. Beobachtet man uns dabei oder nicht? Also es geht darum, dass wir nicht gleichgültig und bloß routinemäßig unseren Alltag abwickeln. Das ist nicht das, was der Herr für uns geplant hat. Auch nicht mürrisch, unzufrieden oder widerwillig. Es gibt für den Chef nichts Schlimmeres als ein nörglerischer Mitarbeiter. Also Spezialisten gibt es immer auch. Und da sage ich schon, wie der Chef lang geht und dann macht er so einen Bogen um einen Mitarbeiter und dann geht er weiter, weil er hatte keinen Zweck gehabt, mit ihm länger zu reden, weil da wusste er, da kommt nur Unzufriedenheit. Es geht darum, dass wir engagiert und gerne unsere Sachen tun, die wir machen. Zur Motivation dazu kommen wir noch etwas später in dieser Predigt. Praktisch, gewinnmaximierend, dass wir bewusst entscheiden und mit Ausdauer durchziehen. Das, was wir im Namen unseres Herrn tun, im Wort oder im Werk. Wir sehen weiter in Kapiteln 3, Vers 1, spricht Paulus davon, dass wir nach dem trachten sollen, was oben ist. Trachten ist auch ein sehr interessantes altdeutsches Wort. Es bedeutet, Advertis ausgerichtet zu sein, sich ausstrecke nach etwas, leidenschaftlich etwas begehren, danach trachten, nach dem, was oben ist. Wo suche ich meine Erfüllung? Worin erkenne ich den wahren Wert? Wofür lohnt es sich wirklich? Was wünsche ich mir so von Herzen gern? Und diese Fragen können die meisten von uns beantworten. Ist es etwas, was da oben ist, in Christus, oder ist es etwas, was hier auf der Erde ist, was vergänglich ist und an sich wertlos und sinnlos ist? Ihm zu dienen, ja, das lässt mein Herz höher schlagen. Hier beim Trachten geht es um diese leidenschaftliche Ausrichtung. Und in Vers 17 haben wir gelesen, dass wir alles in seinem Namen tun sollen und ihm Dank sagen. Er dankt Gott dem Vater durch ihn. Dankbarkeit, das ist eine Herzenshaltung der Einsicht in die gnädige Liebe Gottes. Also an seiner Stelle hätte ich mich nie als Diener angeheuert. Aber er macht das. Bei all meinen Unzulänglichkeiten und Mängeln, die ich habe, er würdigt mich damit, dass er sagt, du bist mein Diener. Ich habe die ewige Hölle verdient. Jede noch so kleine Sünde hat die ewige Hölle zur Konsequenz und davon gibt es bei mir eine Menge. Alles, was ein bisschen besser ist als die ewige Hölle ist ein gnadener Weißgottes. Überleg mal, wie viel davon wir haben. Wie viel davon wir haben, was besser ist als ewige Hölle. Es ist unverdient die Gnade von ihm und davon so viel. Das ist es, was uns Dankbarkeit bringt. also eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit mit dem Herzen ihm zu dienen, das ist unsere Berufung. Die dritte Aussage macht deutlich, dass der Dienst exklusiv ist. Ja, wir dienen Gott und nicht Menschen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das sagt er den Knechten, nicht mit Augendienerei. Also nicht so, wie in der einen Firma, wo ich es gesehen habe, dass man vor den Augen des Chefs ganz anders arbeitet, als wenn er nicht da ist oder nicht zu kocht. Nicht mit Augendienerei. Dem Herrn zu dienen und Menschen zu dienen, das sind zwei Dinge, die sich nicht vereinbaren lassen. Jesus schon hat gesagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Das sind Dinge, die sich nicht verbinden lassen. Nach dem Motto, ich will bei Gott und bei Menschen gut wegkommen. Paulus betet für die Kalossa im Gebet am Anfang des Briefes in Kapitel 1, Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Das ist meine Frage. Wem will ich gefallen? Aussließlich Gott. Gottgefälligkeit und Menschengefälligkeit sind Todfeinde. Sie bringen einander um. Kapitel 3, Vers 2 lesen wir trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also so kann man nicht schielen. Nach oben gucken und nach unten gucken, gleichzeitig, das funktioniert nicht. Entweder bin ich hier fokussiert und orientiert oder aber bin ich darauf fokussiert und von ihm orientiert. Trachtet nach dem, was oben ist. In Vers 5 wird er noch radikaler, er sagt, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Legt ab und nennt eine ganze Reihe von Haltungen und Handlungen und Worten, die wir ablegen sollen. Kapitel 3, Vers 12 sagt er, zieht nun an, als Gott es auserwählte und nennt eine Palette von Eigenschaften, die zu den auserwählten Gottes passen, die Gott gefallen. Nicht unbedingt den Menschen, aber die Gott gefallen. Der Glaube ist also keine Ergänzung oder Erweiterung. Ja, ich lebe hier auf dieser Erde und möchte, dass es mir noch besser geht. Ich nehme noch den Glauben dazu. Ich nehme noch Jesus ins Boot und dann gefalle ich den Menschen noch besser. Es ist ein Austausch, ein Ablegen und ein Anlegen. Christus bringt eine völlig andere Weltanschauung, als Menschen sie haben und propagieren. Wir orientieren uns an den Grundsätzen Christi und nicht an den Grundsätzen der Menschen. Hier gibt es einige Aussagen im Kolosserbrief, die Paulus tut, um genau diese Sache zu erklären. Kapitel 2, Verse 8 bis 10 lesen wir, Hab acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht mit Christus gemäß lassen wir uns nicht betrügen durch die Philosophie und leeren Betrug. Nun, jede Zeit hat ihren eigenen Geist, eine eigene Philosophie, Lebensphilosophie. Wir leben in der Postmodernen, hier in westlichen Europa und die Denkweise wird hier von Menschen unter der Sonne geprägt, ohne Gott in Betracht zu sehen. Die ganze Weltanschauung ist gottlos. Sie ist menschenzentriert. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Um ihn geht es. Und weil der Mensch seine Identität im Laufe der Zeiten durch die Philosophie nicht finden konnte, ist sie heute dahin gekommen, dass der Mensch sich danach identifiziert, wie er sich fühlt. so wie ich mich fühle, das bin ich. Und damit ist er auf Gedank und Verderb seinen wechselhaften Gefühlen ausgeliefert. Fühle ich mich als Frau, bin ich eine Frau, fühle ich mich als Mann, bin ich ein Mann, fühle ich mich als etwas dazwischen, bin ich etwas dazwischen, fühle ich mich dieses Jahr als Mann und nächstes Jahr als Frau, das wird gesetzlich vorbereitet, dann darf ich das einmal im Jahr sogar offiziell machen. Also ich bin das, wonach ich mich fühle. Das ist die Philosophie unserer Zeit und das Höchste, was man in der Medizin oder auch in der Psychologie, in der Psychiatrie erreichen will, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut, dass du so leben kannst, wie du dich fühlst. Und das ist alles andere als das, was Gott sieht. Gott hat uns Menschen geschaffen und er ist es, der uns festlegt und er ist es, der uns lehrt, wie wir diese, seine Berufung leben und ausleben können. Lasst euch nicht durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen betrügen. Kapitel 2, Vers 20 bis 23, da geht es um eine christliche Variante, die etwas von der anderen Seite kommt. Hier sagt Paulus, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die zur Befriedigung des Fleisches dienen. Auch das gibt es, weil so viel Unsicherheit ist, wie sollen wir leben, fangen an, Menschen eigene Regeln aufzustellen, eigene Satzungen zu machen, wie ein Christ zu leben hat. Und die haben oft einen Schein von Weisheit, die scheinen logisch zu sein, aber sie sind ebenso logisch wie falsch. Warum? Weil sie menschlich sind und nicht von Gott her kommen. Ich weiß noch, vor Jahrzehnten gab es bei uns auch hier so eine kleine Gemeinderegel von Menschen geschaffene Gebote, nach denen wir leben sollten. Heute gibt es schon ganze Bücher dazu, es gewachsen, Satzungen von Menschen, die auferlegt werden, um danach zu leben. Das ist menschliche Lebensweise, das ist, wie man Menschen gefallen will. Das dient auch nur zur Befriedigung des eigenen Fleisches, damit ich mich besser fühlen kann. Nun, wir haben ebenso in der letzten Predigt am Sonntag, am letzten Sonntag gehört, dass Verbindung zum Ewigen seine Bedeutung bekommt. Erst von der Ewigkeit her können wir viele Dinge, die wir hier tun, Tag ein, Tag aus, verstehen und sie bekommen ihren Wert und ihre Bedeutung im Berufsleben als Arbeitnehmer oder in der Schule als Schüler, als Bürger im Staat, dass ich nicht einfach straffrei ausgehen möchte und deswegen mich an die Gesetze halte, sondern ich habe die Erkenntnis, dass Gott die Regierungen einsetzt, so sagt er das in Römer Brief Kapitel 13. Ich sehe das ein, dass es nötig ist, in unserer Welt, in der Sündigen eine Regierung zu haben. Und deswegen entschließe ich mich dazu, um Jesu Willen dieser Regierung zu gehorchen, wenn sie mich nicht dazu auffordert, gegen den Willen Gottes zu gehen und zu entscheiden. Oder als Autofahrer, als Nachbar, in welcher Funktion auch immer ich lebe, in Bezug zur Ewigkeit bekommt das seinen Sinn. Also alles, was ich sage oder tue, ist immer Ausdruck meiner Anbetung. Wir haben bereits 3, Vers 17 zitiert, und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Also entweder tue ich es aus Liebe zu Jesus, in seinem Namen, in seinem Auftrag, in seinem Interesse, zu seiner Ehre, oder aber ich tue es für jemand oder etwas, was an seine Stelle getreten ist, auch wenn ich selbst es bin, der an seine Stelle getreten ist. Das war die dritte Aussage. Nun zur vierten, jetzt kommen wir zur Motivation. Tut das, sagt Paulus, alles, was er tut, im Namen des Herrn, mit dem ganzen Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Okay, jetzt kommt die Motivation mit dem Lohn. Es ist also kein klassischer Lohn, den man sich hier verdient. Es geht hier um das Erbe. Das Erbe verdient man sich nicht, oder? Das Erbe bekommt man. In Kapitel 1, Vers 5 hat Paulus bereits gesagt, dass dieses Erbe im Himmel für uns aufbewahrt wird, um der Hoffnung willen, die für euch aufbewahrt wird, im Himmel. Also dieser Lohn, der uns motivieren soll, das Erbe, das wir bekommen, das ist gesichert im Himmel, das kann uns nicht mehr abhanden kommen. Zweitens, wir werden vom Vater dazu ertüchtigt, an ihm teilzuhaben. Kapitel 1, Vers 12 schreibt Paulus, dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wir sind Erben, das heißt, wir sind Kinder Gottes, wir sind seine Erben und das alles ist dort aufbewahrt und er macht uns tüchtig, teilzuhaben an diesem Erbe. Wir werden dort dieses Erbteil antreten und das ist unsere Motivation, warum wir hier und jetzt alles im Namen dessen tun, dessen Erbe wir antreten werden. Diesen Lohn, den haben wir in Christus. Paulus hat es in Kapitel 1 schon zum Ausdruck gebracht. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit Gottes, Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe Christus und damit habe ich die Garantie für dieses Erbe. Eines Tages wird es offensichtlich. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Auch wenn es heute und hier und jetzt nicht so offensichtlich ist, dass ich der Erbe Gottes bin, es kommt der Tag, wo das sehr offensichtlich sein wird, wo wir dann das Erbe antreten werden. Deswegen wird auch ein Glas Wasser im Namen Gottes gereicht belohnt. Deswegen macht alles Sinn, alles was wir tun, es von Herzen zu tun, als für den Herrn und nicht für Menschen. kommt aus seiner Häubchen. Die letzte Aussage in unserem Text, denn ihr dient Christus dem Herrn. Diener Christi, das ist meine Identität, das ist was ich bin und deswegen will ich das leben, was ich bin. Paulus versteht sich selbst als Diener Christi. Das sagt er immer wieder. In 1,25 schreibt er deren Diener, die gemeine Christi, bin ich geworden. So bezeichnet er auch die Mitarbeiter im Kolosserbrief Epaphras. Er beschreibt ihn so Epaphras, geliebter Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für die Kolosser ist. Oder 4,15 12, Epaphras, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in Gebeten für euch kämpft. Merken wir, wie das Bewusstsein der Knechtschaft Christi ihn dazu führt, für sie zu kämpfen. Oder Tychikus, Kapitel 4,7, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht des Herrn. Nun, in diesem Brief steht Paulus diesen Herrn, Jesus Christus, immer wieder vor. Ich möchte einen Text ganz speziell mit euch einmal durchlesen. Lasst uns einmal alle Sinne zusammen nehmen und den Text in Kolosser 1, Vers 15 bis 20 einmal miteinander lesen. Er ist vor allem und alles ist durch ihn und für ihn. Dieser, das heißt Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Er ist der Garant der zukünftigen Herrlichkeit. Er ist die Quelle aller wahren Weisheit. Er ist der absolute Herr, der das Haupt jeder Herrschaft und gewahrt ist. Ihm dienen wir. Diesem Christus. und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wie gehe ich also morgen zur Arbeit, nach den Ferien zur Schule, zur Uni? Wie mache ich meinen Haushalt, spüle, kaufe ein, koche, putze? Wie mache ich meine Arbeit am Arbeitsplatz? Wie verbringe ich meinen Urlaub? Lasse ich mich von Menschenfurcht leiten oder blücke ich lieber nach oben, wo mein Leben in Christus verborgen ist? Was ist mit meiner Herzenshaltung? Was ist mit meiner Identität als Diener Christi unseres Herrn, dem Herrn aller Herren? Und auch jetzt gleich, wen kann ich ansprechen? Mit wem trinke ich eine Tasse Kaffee? Wem höre ich zu? Bei wem bedanke ich mit? Bei wem bedanke ich mich für das, was ich von Gott durch andere bekomme? Wenn du diesen Herrn noch nicht persönlich kennst, dann laden wir dich dazu ein, ihn, Jesus, die wichtigste Persönlichkeit dieses Universums persönlich kennenzulernen, das ist tatsächlich auch heute und hier und jetzt möglich. Bleib einfach hier, rede mit uns, bete zu diesem Herrn. Ja, ich weiß, die Sünde trennt dich und Gott voneinander und das steht zwischen euch beiden, aber genau dafür ist Jesus gekommen, um diese Sünde und die Strafe für sie zu übernehmen und dir den Zugang zum Vater zu geben, damit du nun ein Diener Christi werden kannst und mit allem, was du tust, ein Wort oder ein Werk, du esst oder trinkst oder sonst was tust, mit allem ihm Dienst Christus, dem Herrn. Amen. Amen.